No, 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 no heroes. No, 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 no heroes. No heroes, baby. Let's go. Willkommen zu Runde 4 Championship Finals aus Milan. Das vorletzte Finals, das wir haben, der Gewinner aus dem Turnier, fliegt nach Japan und spielt dann dort die Worlds. Das größte Turnier, was wir bis jetzt haben im Bandai Kart Game für One Piece. Und in Runde 4 haben wir Doflamingo, Opino 1, Blue Monolider gegen Starterdeck14 Luffy. Ein interessantes Matchup, wo ich sehr, sehr, sehr gespannt bin, wie Luffy sich hier schlägt gegen Doffy. Ja, Luffy durch die Italiener ein Deck, was sehr präsent ist in der Meta. Richtig, richtig gutes Deck. Und auch irgendwo ein Deck, was viele, glaube ich, als Matchup nicht so krass geübt haben, habe ich das Gefühl. Ja, viele vergessen, dass es ein 6 Kalida sein kann, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Du brauchst einen Charakter mit Cosplay 8 oder mehr. Und allein der Punkt ist nicht schlecht. Natürlich muss man dazu sagen, es ist kein Luchy-Deck, wo du jeden Turn eigentlich eine Karte KO's. Du hast viele Value-Turns, aber die sind dann so stark mit einem 6 Kalida, das ist schon nicht verkehrt. Und am Ende hast du immer noch die ganzen richtig starken Karten, die es gibt für schwarze Decks, wie Rebecca, Sabo, Moria, Jack. Ja, das macht das Deck, glaube ich, ziemlich gut. Und wir haben Doffy, der natürlich noch lange nicht da ist, wo der sein wird, ab 3 Wochen, 2 Wochen. Aber wir haben schon mal eine Vorbereitung dafür. Wir fangen an. Erster Turn, Top 5, Perona. Natürlich eine absolute Pflichtkarte hier für Doffy. Die wirst du nicht sehen in Doffy. Das ist wirklich, die ist zu wichtig. Schaut sich die obersten 5 Karten an und du kannst dann die Reihenfolge der Karten ändern und kannst dann entscheiden, ob du sie nach oben oder nach unten packst. Hier lassen wir sie natürlich oben. Und dann haben wir auch schon den Pass. Luffy, der hier second geht. Ich glaube, der will auch eigentlich second gehen, von daher passt es. Wobei in dem Matchup weiß ich nicht, ob er sogar gesagt hätte, ich gehe jetzt first. Wir haben den 7K Swing. Natürlich weiß Google, was er jetzt rausspielen wird. Es ist ein Starterdeck Moria, der natürlich noch keinen Effekt hat, weil nichts im Trash liegt. Aber er hätte den Effekt, dass er einen Onplay, also er macht Onplay, dass er einen 4 Kost oder weniger 7 Warlord vom Trash auf die Hand hinzufügt. Also eine ziemlich sehr, äh doch, eine ziemlich wichtige und gute Karte für das Deck. Sagen wir mal so. So, wir haben für 4 Dorns jetzt eine Pudding. Der hat sich schon davor sich vorbereitet. Seine Hand war schon geschaffelt. Erster Angriff ging durch. Plus bei 2 und 4 Dorns nichts gespielt. Ja, plus 2 mal Jaw for Turn. Heißt, ordentlich viele Handkarten, die er jetzt reinmischen muss. Ja, und dann darf er nur 5 nachziehen. Das ist die Macht vom Pudding. Eine richtig, richtig wichtige und starke Karte für Blau. Und mal gucken, was er jetzt nachzieht. 5 darf er nachziehen. Wir haben Tashigi, Shiroshi, Jack, Sabo und ich meine noch ein Jack. Also, ja, gar nicht so verkehrt. Ist okay. Und dann einen 5K Swing. Den countert er raus mit Shiroshi. Und für 1 kommt dann noch eine Perona. Okay, starker Turn. Hat jetzt hier seine obersten 5. Hat Jinbe, hat Weevil, Red Rock, was auch wichtig sein kann. Vor allem, wenn der Jack von deinem Gegner liegt. Lässt es auch so und passt dann sein Turn. Luffy jetzt bei 6 Dorns. Noch kein Charakter auf dem Board. Langsam müsste die erste Karte kommen. Ja, wir haben einen 6K Swing. Into Leader. Bin mir ziemlich sicher, dass er den einfach nimmt. Genau, weil er ist noch bei 5 Leben. Und einen Sabo. Draw 2, Trash 2. Hat Brooke Rebecca nachgezogen. Auch eigentlich ziemlich gut. Hat zwei Jacks auf der Hand. Ich sag, einen kannst du sogar abwerfen. Außer, ja gut, du hast keine weiteren Moria. Plus, aber du recycelst viel. Also doch, es passt. Ich würde es auch genauso machen. Brooke und Jack ist die richtige Wahl. Und dann auch schon der Pass. Relativ zügig hier, der Turn. Jetzt Doffi wieder dran. Mit 7 Dorns. Weiß ja ganz genau, was er ziehen wird. Deswegen sehen wir jetzt hier erstmal einen 7K Swing. Von Pudding. Der geht sogar durch. Und dann haben wir den 8K Swing. Leader-Effekt. Top Deck Jimbi. Den kannte er natürlich durch die Pirona. Der Jimbi spielt jetzt aus einen Weevil. Und dann zieht er noch eine Karte. Also, richtig, richtig starkes Tempo. Auch hier von Doffamingo. Ja, guter Start. Definitiv guter Start. Moro jetzt bei 8 Dorns. Ice Age Jack auf der Hand. Schon mal die erste Kombo. Die aber nicht benötigt wird, glaube ich. Ja doch, der Leader macht ja nicht Minus. Das ist ja Luffy. Dann brauchst du sogar den Don Minus 1. Heißt, wenn du Weevil weghaben willst, musst du das sogar wahrscheinlich als erstes machen. Könntest ja gucken, vielleicht in Jimmy rein swingen. Auf jeden Fall. Aber normalerweise willst du dann Leader auch einen Don geben. Damit er auf 6k ist durch Jack. Ja, schwierig. Beziehungsweise 7 sogar in dem Turn. Wir haben einen 6k Swing erstmal into Pudding. Der geht auch durch. Wir haben einen Jack für 7. Wir haben einen Don unter Leader. Wir swingen für 7k into Jimbi. Was Sinn macht. Den Count hat er sogar raus. Mit einem 2k Lore und einem 1k Doflamingo. Kein weiterer Don. Nur noch Jack-Effekt. Draw 1 Card. Trash 1 Card. Und dann KO. 3 cost or less. Zieht T-Bone nach. Trash Brand New. KO Perona. Und dann der Pass. Okay. Ja, hatte leider keinen Cost Reduce. Lucci mit Minus 1 hätte jetzt Jimmy oder Weevil noch mitnehmen können. Das geht bei Luffy natürlich nicht. Der Effekt gibt keiner Karte irgendwie Minus. Trotzdem noch sehr wichtig, dass der Jack jetzt da ist. Wir wissen aber, dass Duffy Redrock auf der Hand hat. Und ich bin mir fast schon 100% sicher, dass die Redrock jetzt auch kommen wird. Schauen wir mal rein. Wir haben erstmal einen 5k Swing. Ja. Und das ist das genau, Freunde, was ich gesagt habe. Da passiert jetzt gar nichts. Weil Leader ist bei 6k. Wegen dem Jack. Vor allem, ja, das ist sehr bitter. Weil er halt den Redrock so oder so gespielt hätte. Dann wäre er wieder bei 5. Das ist sehr bitter. Das kostet den jetzt quasi. Hat einen Angriff gewastet, ja. Sehr, sehr, sehr bitter. Aber das ist genau das, was ich meine. Dass viele dieses Matchup einfach nicht so ganz im Kopf haben. Weil man gegen das Deck einfach noch nicht so oft gespielt hat, ne. So, wir haben einen weiteren 6k Swing gesehen. Auch den hat er gecountert. Und einen Leader Swing. Auch den countert er raus. Mit einem 2k. Und Miyok dabei gespielt. Gutes Board hier für Duffy. Luffy jetzt bei 10. Jetzt ist die Frage, hat er noch einen 7kos Jack oder sogar einen 8er Moria nachgezogen? Oder nicht? Schauen wir mal rein. 2 Dorns erstmal unter Leader. Ne, macht sogar... Ah, ist ich nicht sicher. Ja doch, bleibt bei seinen 2 Dorns. Swingt für 7k into Jinbe. Der ist jetzt weg. Hat noch 8 Dorns. Aber das sieht nicht nach einer Moria aus. Das sieht nach einem 9k Swing aus into Miyok. Und dann kommt sehr wahrscheinlich ein Sanji. Ne, Ice Age into Shirosh. Into Rebecca, into Brook. Okay, starker Turn. Starker Turn. Die beste Antwort, die du haben kannst. Ganzes Board damit removed. Ja, außer Perona. Aber jeder Buddy, Miyok, Weevil und Jinbe damit weg. Wir haben eine perfekte Antwort hier von Doffy. Mit der 7kos Event, Gravity Blade. Die, ähm, ja, Rebecca und Sabu direkt bottom deckt. Und dann den Leader Swing, der noch einen Crocodile mit rausspielt. Auch da wieder eine super, super Antwort. Also bis jetzt echt ein ausgedichtenes Spiel. Nur mit dem Unterschied, dass Doffy hier bei 4 leben ist. Und Duffy bei einem leben. Und jetzt bei 10 Dorns immer noch keinen Moria oder Jack hat. Beziehungsweise hat er einen. Aber der wurde bottom deckt. Deswegen muss er jetzt für 4 hier einen Cousin spielen. 2 Dorns Leader geben für 7 Swing. Angriff geht auch durch. Da mit Brook Swing. Einfach nur, um die Perona noch mitzunehmen. Und dann einen Borsalino. Ja, das ist das Beste, was er hier auch machen kann. Würde ich stark behaupten. Doffy jetzt kein Board. Paar Handkarten. Aber immer noch bei 4 leben. Wir sehen, glaube ich, direkt eine Red Rock. Jo, da ist die Red Rock. Bottom deckt den Borsalino. Wir sehen jetzt einen 10k Swing in 2 Lida. Der hat die Perfume auf der Hand. Und der Pass. Und er weiß ganz genau, das Ding ist durch. Das wird er gewinnen. Bin mir fast schon zu 100% sicher, dass er eine Perfume auf der Hand hat. Falls die Leute nicht wissen, was Perfume ist. Das ist die Diablo Jumbo für Blau. Die noch 2k plus gibt. Weil, ja, der swingt so aggressiv rein. Der weiß ganz genau, dass er das wahrscheinlich hier holt. Swingt für 5 mit Cousin. Geht sogar durch. Swingt für 7 mit Brook. Auch der geht durch. Wahrscheinlich juckt den das eh nicht mehr, weil er eh alles gleich in die Perfume reinsteckt. Auch der Angriff geht durch. Nochmal 7. Spielt den Sabo. Draw 2. Trash 2. Jetzt müssen wir mal rechnen mit seiner Hand, ob das überhaupt ausreicht. Wir wissen, er hat Counter auf der Hand. Aber niemals 15k Counter. Ne, die hat er nicht. Die hat er nicht. Und guck mal, der wird das jetzt so schnell spielen, weil er ganz genau weiß, mich juckt das doch eh nicht. Gib mir meine 2 Dorns, gib mir meine Perfume. Guck hier, bam. Perfume, bam. Unblockable und 15k Swing und GG. Well played. Well played von Doffy hier. Deswegen hat er auch die Angriffe genommen, weil er ganz genau wusste, yo, das ist eh gar nicht mehr wichtig. Meine Angriffe reichen aus. Am Ende 15k Swing wird ausreichen. Ja, well played hier.